Moin und willkommen bei Kikmö Rind. Heute sind wir wieder im Möbelhaus Jessen in Nordfriesland unterwegs und da treibe ich mich gleich mit Johanna, die mir alles zeigen wird rund ums Thema Junges Wohnen. Moin Johanna. Hi David. Na, ich glaube bei dir bin ich richtig, wenn es ums Thema Junges Wohnen geht, oder? Genau, das bist du. Komm mal mit, ich zeig dir was. Johanna, jetzt sind wir hier und was erwartet mich eigentlich unter Thema Junges Wohnen? Da erwarten dich preiswerte moderne Möbel, zum Beispiel für die erste eigene Wohnung. Ja, Thema Ersteinrichtung trifft sich gut, denn ich bin frisch umgezogen und was habt ihr da im Angebot für mich? Wir haben Schlafzimmer mit Boxspringbetten oder Polsterbetten, Garderoben oder so wie hier eine schicke Garnitur mit Couchtisch und eine Wohnwand. Na, da hatte ich schon eine kleine Idee, da möchte ich hier mal was anschauen gehen. Ja, okay. Genau das ist so eine Couch, die ich gesucht habe, aber welche Funktionen bittet die noch? Hier haben wir zum Beispiel eine Kopfschallverstellung, die kann man sich individuell einstellen und wir haben eine motorische Sitztiefenverstellung, dass du dir die Sitztiefe nach vorne ziehen kannst und dann eine größere Liegefläche hast. Das ist natürlich genial. Ähnlich wie dem Preis, da mache ich mir keine Sorgen. Worum ich mir Sorgen mache, kann ich die sofort haben? Ja, das ist das Besondere an unserer Abteilung Junges Wohnen. Wir haben viele Möbel auf Lager und zum Beispiel auch diese Garnitur. Genau das nehme ich dann einmal mit. Ja, jetzt habe ich eigentlich alles, was ich wollte, nur wie kriege ich die jetzt nach Hause? Da habe ich zwei Lösungen für dich. Du könntest dir den Sprinter leihen oder lässt es dir ganz bequem nach Hause liefern von uns. Okay, das klingt perfekt. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Vielen Dank für die Führung, vielen Dank auch für die Beratung. Ich komme gerne wieder. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.